So, hallo liebe Leute, wir sind hier gerade mal wieder im Allee-Center in Magdeburg. Ich bin beim besten Kumpel gerade besuchen, Andreas Rüder, einmal der gerade die Kamera führt. Und wir haben heute etwas Lustiges vor, beziehungsweise quasi vorbereitet. Wir sind gerade im Hintergrund das Klavier, das kennt ihr vielleicht noch aus dem ersten Video, wo ich hier über die Absperrung gesprungen bin. Wir wollen heute sozusagen ein, wie man sagen, ein Comeback machen vielleicht, und das gleiche nochmal versuchen, aber ich werde jetzt versuchen, jemanden zu finden. Und dieser jemand wird mich dann mit dem Handy hier filmen. Und mal gucken, ob sich jemand zu bereit erklärt, wie lange er das durchstehen wird. Und mal gucken, ob wir überhaupt von der Security vielleicht hier wieder ausgeschnitten werden. Wenn er es schafft, bekommt er von mir 5 Euro und wir haben ein neues Video. Ich halte immer noch meine Kamera angekommen. So, jetzt muss ich irgendwo noch jemanden finden, der mich filmt. Soll ich erstmal aufhören und wir schneiden es dann zusammen? Ja, das ist gut. So, ich mach mich aber auch mal auf die Worte. Ja. So, ich mach mich aber auch mal auf die Worte. Ja. Ich mach mich. Wir sind noch ein bisschen näher. 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 Wir sind noch ein bisschen näher.